Und der Vorteil an den Eichenbäumen ist halt wirklich, die wachsen sehr nah nebeneinander. Das war schon der erste Stack Eichenbäumchen. So. Hier. Da habe ich ein bisschen Angst, dass es überhaupt nicht verdeckt werden kann. Aber der Wunsch ist halt wirklich, dass es so ein bisschen aus dem Raus lugt. Nur so ein bisschen die Treppe. Zur Not machen wir wirklich irgendwo einen Erdblock auf. Und einen Baum drauf. Machen den da doch größer. Künstlich. Das wäre schon mein Wunsch, wenn das, dass es hier nicht so extrem sichtbar ist alles. So. Hier überall ein bisschen. Warten wir hier nicht mehr. Da noch her und da noch her. Da noch hin. Nein, ich bin da hin. So. Da noch einen hin. Da vielleicht noch einen hin. Da noch. Hier. Da. Schau mal her. Vielleicht da einen hin. Machen wir zwei hin. Machen wir auch noch einen hin. Ach, das wollte ich schon sagen. Ist da jetzt aber schnell ein Baum gewachsen. Dabei war es ja schon mein Haus. Machen wir aber da auch noch einen hin. Da sind ein paar mehr. So. Ähm. Hier. Da. Da geht es ja eigentlich schon sehr hoch. Da. Machen wir da noch einen hin. Wir müssen uns genau überlegen, wo wir die Bäume hin machen. Auf der Seite. Das ist. Das soll halt nur so ein bisschen rausgucken, das Häuschen. Aber auch nicht komplett umschlungen sein. Wäre auch blöd. Ähm. Bäume fällen möchte ich nicht. Das soll ziemlich, äh, äh, relativ natürlich ausschauen. So. Wir machen jetzt hier noch ein paar. Mal die Front einigermaßen hinbekommen. Ja. Aber da ist ja meistens eh schon wieder Stein. Die Steinklippe soll erhalten bleiben. So. Machen wir da noch einen hin. Jetzt gehen wir langsam mal auf Richtung Abstieg. Da noch einen. Da noch einen. Und hier machen wir gleich zwei hin. Dann hätten wir hier jetzt überall schon mal ein paar Bäumchen. Auf der Seite. Gut, hier ist dann eine Steinklippe. Hier würde ich gerne noch ein paar Bäumchen machen. Und da drüben noch. Machen wir vielleicht auch gleich so zwei. Und da eine hin und da eine hin. Flop. Hm. Zack, zack, zack. Äh, hier. Die Erde geht ja eh schon nicht mehr so viel weiter. Zack. Hopp. Ähm. Müssen wir mal gucken dann. Äh, da, 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 da. Oh. Deswegen der, äh, das von mir Gesagte. Wir brauchen sehr viele. Äh. So, hier können wir schon ein bisschen, so, hier können wir schon ein bisschen, so. Muss nicht mehr so dicht sein. Oh, der erste ist schon gewachsen. Oh, der erste ist schon gewachsen. Das ist ein mega Baumstamm, wie es ausschaut. Die ersten sind schon gewachsen. Äh, da. Mal, habe ich hier irgendwo was vergessen? Will ich komm' ich überhaupt noch hoch? Ah. Ah, haben wir hier irgendwo was vergessen? Oh. Hi. Ah, warte mal. Da würde ich gerne da noch einen hin tun. Da. Okay. Das heißt eigentlich nur noch warten, bis alles ein bisschen wächst. Aber die ersten wachsen doch schon. Schau mal hin. Kriegen wir das schon ein bisschen versteckt. Gut, hier in der Mitte ist es ein bisschen doof. Weil ja da dann der Weg unten durch geht. Aber das kriegen wir hin. Jetzt machen wir hier noch ein paar Bäumchen hin. Das Zuckerrohr nehme ich mir mal komplett mit. Hier noch vereinzelt ein paar Bäumchen. Haben wir das doch relativ versteckt bekommen. Wird es doch relativ im Berg ein bisschen eingehüllt. Okay, ich würde fast sagen, das reicht erstmal. Jetzt müssen wir eigentlich nur drauf warten, dass alles wächst. Dann schaut es gut aus. Okay, und die Farm läuft auch super eigentlich. Wir müssen wirklich nur so ein bisschen drauf warten, dass alles ein bisschen wächst. Dann haben wir von der Seite denke ich schon gut die Bäume hinbekommen. Nach oben will ich auch noch ein paar. Nach hinten, überall sollen noch ein paar Bäume hin. Aber ich glaube, das funktioniert dann schon. Und ich denke fast, ich werde nicht mehr allzu lange streamen. Mir läuft das Wasser gerade runter, wie es auch. Dass ich dann doch mal demnächst ein kurzes Päuschen einlege. Ähm, außerdem haben wir heute auch jetzt... Ja gut, wir haben schon ein Stück gestreamt. Noch nicht lang, aber schon ein ordentliches Stück für die Hitze gerade. Die mich gerade dezent fertig macht. Und wir machen auch ein wenig. Und ich verwerf komischerweise heute ein paar Frames. Warum denn? Das hat so lange funktioniert ohne Probleme. Während mich mein... Mietz, du musst echt aufstehen. Wenn du mich noch mitheizst, ist es wirklich zu warm. Puh. Das Lager werden wir noch nicht einräumen können. Ähm, dafür haben wir einfach noch zu wenig. Aber wir können, glaube ich, noch ein paar Kühe verdoppeln, die wir eh später schlachten müssen. Die Schafe lassen wir mal noch in Ruhe. Die werden wir eh nicht schlachten. Die werden wir ja nur schorren. Wir brauchen nicht später Leder. Leder, Leder, Leder. Ich glaube, fast hier unten habe ich ein bisschen noch mit dem... Übertrieben, aber dann wäre ein schöner Übergang. Ein bisschen weniger. Und wir machen das jetzt einfach mal so. Hier haben wir ja Weizen. Hier haben wir ja Weizen. Die Hühnchen sollen mal Liebe miteinander machen. Kriegen wir auch ein paar Hühnchen zusammen. Die Kühe, ja gut, wir haben eh nicht so viele Kühe. Wir haben eh nur zwei. Warum ist da ein Schwein drin? Du hast hier nichts verloren. Belästige die armen Schafe nicht. Warum sind da drei Schafe drin? Wo kommt das dritte Schafe her? Die haben noch nicht Liebe gemacht. Genauso wie... Wo kommt das dritte Huhn her? Habe ich ein bisschen... Nein, ich habe keinen Kompensdorn einstecken. Äh, ich schmeiße das einfach mal hier rein. Sonst hätte ich da vielleicht noch einen kleinen Ofen gemacht. Ja, ich denke, das könnte was werden. Hier drüben habe ich ja noch nichts. Schauen wir mal her. Hat nicht wirklich was gewachsen? Ähm, okay. Dann gehen wir mal kurz rauf. Schmeißen noch unser Fleisch in den Ofen rein. Wenn wir das gleich essen. Sobald wir oben sind. Und dann werde ich... Denke ich... Ähm... Erstmal wieder Schluss machen für heute. Weil es gerade echt warm wird. Und dann vielleicht heute Abend weiter streamen. Wenn es ein bisschen kühler wird wieder. Schauen wir mal. Der Fenster ist offen. Weil es heizt sich halt hier sehr, sehr, sehr schnell auf. Bis dann sind vielleicht auch schon die Bäumchen gewachsen. Können wir ja mal gucken dann. Ähm. Weil alles, was ich gerade weiter... Ich kann gerade, glaube ich, gar nicht wirklich was weitermachen. Außer weiter buddeln. Will ich euch gerade nicht nochmal untun. Gut, ich könnte hier einräumen. Da will ich mich ein bisschen verdrücken gerade. Ähm. Ja. Ich würde sagen, wir streamen dann später nochmal ein bisschen weiter. Höchstens. Gegen Abend dann. Wenn es ein bisschen kühler wird. Da habe ich über nichts. Genau. Ja. Ich würde sagen, wir streamen später noch ein bisschen weiter. Aber jetzt ist es mir echt zu warm. Gehen auf den Server. Ich hoffe, ich bin gerade in Kalea weltweit. Ich war echt... Ja. Ich bin Kalea. 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 Wir gehen jetzt einfach hier in den GM 0. Ich war nämlich zwischenzeitlich woanders ein bisschen unterwegs. Und muss mal... Ich habe ja immer noch ein bisschen den Server zu machen. Und hier schaut es sehr schön gewachsen aus. So wie es ausschaut. Wir gucken uns erstmal ein bisschen an die... Wir gucken uns erstmal ein bisschen die Bäume an. Ob die jetzt noch so gewachsen sind, wie wir wollten. Oder nicht. Ähm. Irgendwo habe ich meinen Minecraft Ideenzettel hingepackt. Während mein Handy vibriert hat. So. Irgendwo habe ich meine Minecraft Ideen... Ich bin gerade nicht... Ich muss das Handy weglegen. So. Ähm. Irgendwo muss hier eine... Ja gut. Jetzt ist die Höhle da. Die haben wir doch ein bisschen ausgeleuchtet eigentlich. Es schaut doch schon mal gut aus. Also ich sehe noch etliches, was noch nicht gewachsen ist. Das müssen wir noch warten, bis es ein bisschen wächst. Dann glaube ich, können wir das so ein bisschen hinbekommen. Schon hinbekommen, dass es nur so ein bisschen durchlugt. Wäre nicht schon schön, wenn der es... Ein bisschen versteckter wäre. Ähm. Unsere Bauernhäuser müssen wir noch einrichten. Wo ist mein Minecraft Ideenzettel? Hier ist mein Kaffee. Ich habe mir nicht danach wieder schön wunderbar Dinge geschrieben. Ich kann mir doch nichts merken, Mensch. Ich habe doch ein Hirn wie ein Sieb. So. Also. Da steht... Äh. Da steht eigentlich für diese Aufnahme nichts, was wir machen. Also machen wir nichts. Ne Quatsch. Ähm. Ich will schauen, dass wir heute ein paar Schafe zusammen bekommen. Ein paar Kühe zusammen bekommen. Dass wir da ein bisschen was zusammen bekommen. Unsere Felder ein bisschen... Ein bisschen sich um unsere Felder kümmern. Und ich überlege, ob wir heute schon hier das... Äh. Den... Das da unten rein buddeln. Ja, ich weiß, wir buddeln jetzt wieder. Aber... Äh. Okay. Ich habe das Feld kaputt gemacht. Ich bin dämlich. So. Das ist ja eh nur Weizen. So. Okay. Das ist noch nicht so wirklich was da. Okay. Ich würde es sehr gerne. Nämlich. Hier. Das reinbauen. Jetzt muss ich aber erstmal überlegen, wie ich das mache. Ich will es auch mit Cobblestone machen, weil es eh schon sehr steinig ist. Und ich muss mal gucken, wie tief wir da überhaupt müssen. Und wo wir das Wasser und alles hin platzieren müssen. Und Trichter wären eigentlich auch schon ganz geil. Wenn ich da schon welche hätte. An sich habe ich überhaupt was zum Essen. Danke, Bonobas, für den Host. Ähm. Ja, wir haben was zum Essen. Yay. Ofenkartoffeln. Ein fettes Steak wäre mir lieber. Aber... Gibt es noch nicht. Gibt es noch nicht. Ähm. Wir nehmen mal Cobblestone mit. Davon haben wir jetzt ein bisschen was. Und ja, ich muss mein Lager einräumen. Das weiß ich auch. Wir haben da sogar noch Weizen. Wir haben da sogar noch Weizen. So, dann kann ich das Weizen eigentlich gleich größer anpflanzen. Wir haben Weizen. Ich brauche Holz. Unten haben wir eine Werkbank. Das ist kein Thema. Ist sonst noch was drin, was ich brauchen könnte? Schaut jetzt nicht so aus hier. Ähm. Noch mehr Cobblestone nehme ich gerne. Normalen Stein brauchen wir nicht. Eichenholz nehme ich auch mit. Und Birkenholz. Naja. Ich bin jetzt... Ich laufe runter. So faul sind wir nicht. Ich wollte gerade sagen, werfen wir uns runter. Dann müssen wir nicht laufen. Aber so faul sind wir mal nicht. Ähm. Wir hätten Leder. Die Steinhacke nehmen wir mit. Und wir nehmen das Weizen mit. Das eine, was wir hier noch haben. Denn wir gehen jetzt erstmal runter. Und gucken. Ganz entspannt. Einfach mal nach. Wie viel Weizen wir haben. Habe ich jetzt die Hake mitgenommen? Die habe ich mitgenommen. Und die Samen. Ich mache mal das Feld noch voll. Ich habe den Eimer vergessen. Ich habe den Eimer vergessen. Wir brauchen Eimer. Na komm, rennen. Wie Zeit haben wir jetzt? Auch wieder nicht. Ähm. Einer reicht uns. Der Eimer, oder? Der reicht uns locker. Ähm. Okay, wir haben... Wo ist unser Eimer? Eimer. Ach, wir haben ja mittlerweile noch eine Kiste. Oh, wir haben sogar eine Eisenhacke. Okay, warum ist die Eisenhacke schon so kaputt? Und die Steinhacke, die wir haben, nicht? Ist, äh, Fragen über Fragen. Galileo Mysteries. Keine Ahnung, wie das ging. Ein Fall für Eimer Abdallah und sein Team. Ähm. Läuft das überhaupt noch? Gibt es das überhaupt noch? Läuft das noch? Keine Ahnung. Ich schaue kein Fernsehen mehr. Seit Ewigkeiten. So, und so ein Samen, den wir da verloren haben, der sich ganz einsam fühlt, den können wir auch wieder mitnehmen. So, hier ist es ausgewachsen, das ist ausgewachsen, das ist ausgewachsen. Peng, 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 peng. Und wir gehen jetzt einfach mal da her und machen mal das Feld weiter. Und, äh, wir tun hier ja noch ein paar Samen herhauen. Weil Weizen ist gerade schon ein bisschen wichtig für die Tierchen, da wir, dass wir die nächsten Projekte schon ein bisschen angehen können, wie das Lager einräumen und das Lager ausmisten. Und vielleicht mache ich heute schon für eine größere Baustelle, ich fange wieder eine Baustelle an. Für eine größere Baustelle schon heute einmal, machen wir mal nicht bis ganz vor, ähm, den Grundstein. Denn, wenn wir genug haben, hoffe ich mal, wir haben eigentlich auch schon wieder etliche größere Baustellen. Für einige davon brauchen wir Redstone. Gefällt mir irgendwie nicht, dass wir Redstone, dass wir gerade so abhängig von Redstone sind. So, wir haben hier eine Kiste. Was ist hier drin? Oh, Weizen und, äh, oh, stimmt. Äh, die Weizenkörner. Wird das schon wieder Nacht? Wir legen uns da hin. Wenn eine Katze auf mir rumklettert. Hey Mietz, was machst du? Hey, mein erster Kaffee ist leer, seitdem ich zu Hause bin. Yay! Aber ich habe vorgesorgt. Ich habe ja keinen Kaffeespawner mehr. Hm. Okay, wir haben Weizenkörner und Weizen. Äh, Weizenkörner. Hey, hey, hey. Da. Und du mit du. Du und du. Das Ei war nix. Mokus! Wo ist das Tor? Ich laufe dran vorbei. Mokus! Seht ihr nicht? Da. Wir haben nur drei Mokus. Ja klar, einmal lieber gemacht. Macht drei Mokus. Eins plus eins macht drei. Ja. Jetzt haben wir vier. Warum haben wir schon vier Schafe? Oder? Ja, vier Schafe. Habe ich doch richtig gesehen. Hallo? Hallo? Ich weiß nicht, wo der vierte Kollege von euch herkommt, aber er ist da. Und ich muss euch immer echt rasieren dann. Weil je eher wir damit anfangen, ein bisschen was zusammen zu bekommen, desto besser. Ähm, die Hacke packe ich jetzt auch einfach mal da rein. Hier, die zwei Hacken. Ich will schnell ein paar Kisten machen. Dann habe ich nämlich das hier. Also ich will hier so ein bisschen den Dachboden machen. Ich brauche mehr Kisten. Also eine hätte ich schon noch gerne. Ähm, aber so. Eine Kiste. So. Genau. Dann machen wir da oben wie so einen Dachboden hin. Peng. Wo dann das Zeug so ein bisschen ist. Keine Ahnung. Hauptsache Dachboden. So ein Bauernhäuschen. Er hat nur eine Fackel. Das passt auch. Ähm. Hm, 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 hm. Wir brauchen Schilder. Wir müssen uns mal dann überlegen, in welche Richtung wir das laufen lassen. Machen wir mal Schilder. Ein paar. Hier und so, oder? Genau, drei Schilder. Aber drei Schilder sind ein wenig wenig. Weil wir vier Sachen haben. Wir müssen schon sechs machen, Minimum. Leider. Leider sechs Schilder. Aber ist nicht schlimm. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, in welche Richtung wir das immer laufen lassen. Er hat gesagt, wenn ich hier Wasser hängen setze, kann ich nach links und rechts. Und es glei- Nein. Das funktioniert so nicht. Ich hätte gesagt, immer nach- machen wir einfach immer nach rechts. Immer nach rechts weg. Wenn ich jetzt hier... Wenn ich jetzt hier... Brauchen wir kurz ein Wasser. Wenn ich jetzt hier... ein Schild entsetze... Dann fließt es ja komplett hier rüber. Also auch wenn ich jetzt hier oben... Dann... Dann...